Jetzt geht das Trepp wieder hoch, oder runter, links, rechts. Kontrollpunkt, also wir haben es schon mal richtig gemacht, das ist immerhin nochmal top passen. Ja gut, dann runter, nach links, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen kryptisch da mit dem... Das ist seltsam hier. Vor allem, dass du damit interagieren kannst, das ist halt mega komisch. So, rechts stehen ein paar Vasen, links. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Was denn? Ich habe gerade in der Ecke da hinten noch ein lila Männchen gesehen. Ich vermute mal, dass dieses lila Männchen auch nur einen Arm hat. Boah, ist ja voll schlau. Hier ist noch Pistolen-Mission, kannst du mitnehmen? Eine Miene. Nehme ich mit. Ich habe hier schon eine, also kann ich noch eine mitnehmen. Ansonsten. Ist das mal eine Höhle, oder was? Ne, ist es einfach nur... Ich kann nur hochlaufen, aber wo kommt man denn da hin, wenn man da hochläuft? Ja, nirgends hin, kommen wir wieder hier runter. Hehehe, okay. So. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. Früben steht noch... Na, siehe da, da ist noch ein lila Männchen und das hat auch nur einen Arm. Wie vorausgesagt. Mhm. So, gehst du nach oben? Oder soll ich nach oben gehen? Kann man hier nicht reinklettern? Ne, sah nicht so aus. Zumindest habe ich kein Aktionsdings angezeigt, doch... Da du ja hier noch einmal erkunden bist, geh ich schon mal nach oben. Ich wäre jetzt auch gegangen, aber gut. Ich bin doch schon wieder halb auf dem Weg. Bei mir geht dann gleich hier unten sowieso der Punk ab. Dann beeile ich mich. Ja, ja, ja. Du, Herr Spinne! Deswegen bei dir geht der Punk ab. Ich hätte das nicht anfassen sollen. Hehehe. Stimmt. Jetzt läuft da ein... Oh, schütt... Ach, du Scheiße. Da kommt ein bisschen was auf dich zu, glaube ich. Ja, ja. Das ist ein Fackelmann. Hehehe, Fackelmann. Geht's. Vielleicht kann ich von hier oben aus behilflich sein. Irgendwie. Ja, ja, kann ich. Nicht weglaufen! Nicht weg... Ach! Naum! Was? Die sind weggelaufen. Ich habe hier oben Pistolen, Munition, Pistolen, Munition. Ne, von hier aus treffe ich die nicht. Stammt! Geh mal Richtung... Geh mal Richtung Treppe. Dann kann ich hier vielleicht... ...unterschützend zur Hilfe ballern. Oh, fuck. Ich habe noch ganz wenig mehr erlebt. Das sehe ich. Ich... Bäh... Was? Das bist du. Hahaha. So, den einen hätte ich. Du stirbst. Ja, ich bin auf dem Weg. Erstmal... Erstmal... ...den mit dem Haufen ballern. Komm schon! Retten! Und komm ihm, du hast Kraut. Das kannst du mal aufnehmen, wenn du Platz hast. Geh mal dem hier den... Ach, hier, Schott. Nein, nicht ganz. Ja, nutz mal Kraut. Da kommt eine Spinne. Spinne, 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 Spinne. Da kommt noch eine Spinne, Spinne, Spinne. Jetzt geht sie wieder, die Spinne. Da kommt sie wieder. Kaputt. Dann geht sie. Die Liebchen hier. Blubber mal weg. Wie viel Pistolen... Spinne, nimm du an Pistolenmunition mit. Was du kriegen kannst. Ich hab noch genug andere Munition. Im Zweifelsfall hab ich einen Granatwerfer. Ah, das ist noch ein Kraut. Ja, kannst du auch gleich einsetzen, glaub ich. Hä? Wo ist es hin? Hast du es nicht aufgenommen? Nein, da war grad eine Spinne, die kam auf mich zu. Ach, da war sie auf einmal weg. Ja, fertig. Alle Musik ist noch da. Und ich hör noch... Uai! Würdest du mal die... Blendgranate werfen? Männchen? Weib? Ah, Spinne. Was ist das denn? Ein vergammeltes Ei. Haben Granate, nehme ich mal mit. Wieso hat die jetzt nicht hier... Ach, das sind Blendgranaten für den Granatwerfer. Deswegen konnte ich die nicht aufeinander stapeln. So, hast du Kraut noch übrig? Ja. Und dann lass mal aus... ...rusten und heilen. Du hast es ein bisschen mehr mit dir als ich, aber... So, ich geh dir mal wieder... ...äh, ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Ich lass jetzt diesmal die Finger davon, bis du da oben bist. Ich glaub, das ist jetzt auch nicht besser gemacht, aber... ...so, ich bin da, dann können wir dran ziehen. Okay. Jetzt will ich aber hoffen, dass wir zwei Edelsteine kriegen. Das wär echt, äh, nice. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine... ...der richtige Weg ist. Nö. Weder noch. Ich glaub, da müssen wir jetzt lang. So, also hier oben bei mir liegt einer. Ja, bei mir auch. Sehr fein. So, dann komm ich mal nach unten. So, so, so sagt er immer wieder. Na, welcher Weg ist jetzt aufgegangen? Achso, der hier. Ja, stimmt. Der war gerade eben noch verschlossen. Äh. Da ist ein rotes Männchen. Mhm. Da sehe ich aber jetzt nichts hier drum rumliegen. Keine Vasen, kein nix. Nö. Hm. Der hat auch zwei Ärmchen, das heißt, wir können dran ziehen. Und da geht dann wahrscheinlich ein neuer Weg auch. Entweder das oder der Monster-Kettensägenmann kommt wieder. Oh nein. Das ist aber nur so eine Vermutung. Kartoffelmann-Kopf. Ungekehrt. Kartoffelkopfmann. Oh. Ah, jetzt geht's ganz nach oben. Da ist noch ne Kiste. Vielleicht war das doch die Kiste. Und ein Edelstein. Das ist ganz der Kartoffelkopfmann. Ach, das ist unser, unser Fledermaus-Freund von... Ui. Ich hab Quadrat gedrückt. Ich nicht. Aber ich will trotzdem umgehauen. Ich laufe mal ein Stück. Ich müsste mal den Granatwerfer auf. Mal gucken, was man damit so alles anfangen kann. Was ist hinter mir hier? Vielleicht können wir... Moment, ich hab ja noch einen Minen. Fledermaus-Land. Kannst hier nicht anhalten. Das ist Fledermaus-Land. So, legen wir mal ne Mine hier hin. Mal gucken, was passiert. Oh, jetzt geht's. Wow. Das wird ja immer gut funktionieren soweit, ne? So, und jetzt wieder hier... Toll. Ich hab ja noch so viel auf die Eierstücke schießen. Ey, stirb! Ja. Es ist tot. Was? Es ist tot. Stimmt, ein Seelen-Edelstein. Ein Seelen-Edelstein. Hab ich das Ding jetzt alleine? Das glaube ich nicht. Schneid den Kopf ab. Sofort. Ich hab auch ein bisschen drauf geschossen, also... Ein bisschen was hab ich auch getan. Ja, das sag ich ja gar nicht. Aber ich glaub nicht, dass das tot ist. Ich will's nicht glauben, dass das tot ist. Das ist mal viel zu einfach. So eine Mine und so ein bisschen Gedönse da, das... Nee. Das will ich nicht glauben. So, ab nach oben. Was ist das für eine Kiste da? Wo denn? Ja, die Triebmutter hatten wir die schon aufgemacht. Ja, die ist schon aufgemacht. Das hat meines Wissens alle Truhen aufgemacht, die ich gefunden hab. So, können wir hier links, rechts... Ja, geradeaus. Gerade nicht? Na denn? Geradeaus. Tiefer hinein. In das Grab. Wie lange geht das Kapitel da eigentlich? Die waren ja alle recht lang, ne? Ja, aber ich finde, wir sind noch nicht wirklich lange in dem Kapitel drin, oder? Die Vorbereitungen sind fast komplett. Dann können wir gehen. Gut. Ich war überraschend, dass die Flagge so ein Erfolg haben. Als du erst gekommen bist, habe ich meine Gefühle. Und jetzt ist Uroboros complete. Ihre Position in Tricell ist geschlossen. Oh, ich habe meine Augen auf etwas viel größer. Du hast einen Partner, oder? Werden Sie in deinem neuen Welt? Ich glaube, dass ich mich wert bin, habe ich? Vielleicht hast du. Ich glaube, dass ihr alte Freund, Chris Redfield, gekommen ist. Ich fühle mich daran, was ich? Der Plan ist in den letzten Enden. Ich will nicht die Verlangen. Ich will nicht die Schönen der Angst. Ich bin ein Hund. Ich bin ein Hund. Ich bin ein Hund! Ich bin ein Hund! Das Recht ist nun mein. Ich glaube, ich würde dir bedanken, Spencer. Ja, deine Präzision, naja. Ja, die Beste, ne? B, die Beste. Ja. Naja, gut, weiter. Die Zeit bricht so ein bisschen das Rückgrat. Das ist so, naja. Ja gut, wir machen immer Spökes, ne? Ja, ja. Verwalten wir doch mal. Verkaufen wir erstmal alle Schätze. Was gibt das denn? 36.000. Damit lässt sich arbeiten. Ich will meine Pistole upgraden. Kann ich meine Pistole upgraden? Kann man sich Munition kaufen? Ne, ne? Weiß ich nicht, aber du kannst einfach die Kapazität von deiner Waffe upgraden. Dann wird sie zumindest mal voll gemacht. Ach so, das ist ja mega cool. Das heißt, ich habe jetzt... Ich habe jetzt 100 Schuss in meiner Pistole. Das Magazin würde dich gern sehen. Das ist... Das muss wahnsinnig aussehen. Wieso so ein halbes Metamagazin? Mehr Pumpgun-Feuerkraft. Mehr Feuerkraft. Sie haben alle verfügbaren Verbesserungen gekauft. Momentan können sie dieses Objekt nicht verbessern. Na gut. Dann eben, äh... Hier. Mehr Schaden bei der... Hm. Auch schon wieder vorbei. Ja, ich habe dann kein Geld mehr. Was machst du denn? Ausgeben. Den Granatenwerfer kann man nicht verbessern. Die Magnum hätte ich hier noch. Kann ich da noch was verbessern? So, jetzt ist die Frage. Was nehme ich nun mit? Ich könnte vielleicht hier mal kombinieren mit... Magnum. So. Und die Magnum dann rein. Und die hier kombinieren. Ja, 6-6. Schade. Was nehme ich nun mit, äh... Den Granatwerfer? Oder... Die Magnum. Hm. So.